Deutsche Icon? Äh, Barstuber? Nein, gibst dich! Philipp Lahm! Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video! Wir haben die zwei Jungs hier am Start und heute gibt es wieder ein schönes Quiz und zwar werden wir jetzt Deutsche und Icons aus Dänemark erraten, die es in FIFA gibt. Also Ikonen von FIFA und ihr müsst erraten, welche das sind und ihr werdet von den Spielern die Karriere sehen, also wo sie gespielt haben, in welchen Vereinen. Und dann habt ihr ein paar Sekunden Zeit, das Ganze zu erraten. Aber die gibt es nur in FIFA. Ich lasse euch mal anfangen. Weißt du, welche Icon es gibt in FIFA? Kennst du viele? Nein? So, das ist die erste Icon. Das ist die Karriere. Leverkusen, Bayern, Chelsea. Leverkusen, Deutsche Icon. Ja, habt ihr? Ballack. Ja. Also hier ist die Karriere von dem Spieler. Okay. Nächster Icon aus Dänemark. Schmeichel. Schmeichel? Der alte Schmeichel. Senior. Peter Schmeichel. Ja. Also das ist 100 Prozent. Ja. 1-0. Okay. Nächster Icon aus Deutschland. Homburg, Kaiserslautern, Bremen, Bayern, Lazio, Rom. Ja, die Stimme. Ja, close. Ja, close. Ja, close. Ja, close. Bayern und Stuttgart nur. Zwei Vereine. Zwei Vereine. Hat er gespielt? Deutscher Icon? Bastouba. Nein, ich gebe es nicht. Philipp Lahm. Philipp Lahm. Dänemark. Der nächste. Kopenhagen, Brümpi, Lazio, Juve, Passa, Real, Ajax. Kempste. Was? Laudrup. Laudrup? Ja. 92. Laudrup. So, wieder ein deutscher Icon. Gladbach, Bayern, Inter Mailand, Bayern und Metro Stars. Schweinsteiger. Ja, müsste. Inter Mailand? Nein, Matthäus. Aber Metro Stars ist USA? Ich meine schon. Bayern. Aber da ist Schweinsteiger. Bayern, Manchester und Chicago Bayern. Ich hätte einfach gedacht, die USA-Vereine waren... Ja, aber war eine gute Idee. Jetzt habe ich drei. Ich glaube schon. Ja, wenn es alt ist, dann besser. Legend. Okay, so. Jetzt kommt der nächste. Nee, ist vorbei. Okay. 1-1. Bravo. Das ist ein 3-0. Und wie soll ihr das Ding annehmen? Also, Phil vom Danmark. Ja. Ja, kleiner Heimvorteil. Leute, lasst einen Daumen nach oben da. Das war's von diesem Quiz. Bis dann. Wir sind raus. Und ciao. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.